Fahren wir fort mit ein bisschen Bioshock? Ja, das Spiel macht mir richtig Spaß. So, Notfallzugangskonsole, wir benutzen sie natürlich. Sicherheitsalarm ausgelöst. Zutritt bis auf weiteres Unterscheidung. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Wenn du durch den Notzugang wählst, brauchst du den Schlüssel von Dr. Steinman. Er hat das Sagen in diesem Laden hier. Ich glaube aber nicht, dass er ihn dir einfach so überlassen wird. So ein Menschenfreund ist Dr. Steinman leider nicht. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal sicher, ob er überhaupt noch ein Mensch ist. Okay. Hol dir Steinman Schlüssel. Komm, Alter. Genau, mach ihm platt, mein Sicherheitsbot. Ich mag mein Sicherheitsbot. Der ist richtig cool. Ein paar Dollar hat er dabei. Medical Pavillon für hier. Ah, hier bin ich. Ja, ja. Ein Maschinengewehr. Da, 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 uh. Ist das nicht geil? Leider keine, wie viel Munition ich dafür habe, ne? Ach, du bist da. Okay. Legen wir den Notschalter um. Ah, der... Jetzt hast du schlafen, Hunde gewinnt. Da kommen sie. Wow, ey, Leute. Lass das. Wie gut die auch treffen, ne? Boah, verdammter Schatz. Meine Frage, wie kommen die hier bitte rein? Ach so, von da vorne. Oh Mann, was hast du mir angetan? Oh Mann, sag mir das ins Gesicht, du Schmi... Lass mal mit sterben. So. Sind die alle tot? Ich glaube, mein Sicherheitsbot hat den Rest, glaube ich, erledigt. Ey. Genau mein Sicherheitsbot. Hinterher. Wo versteckst du dich? Sind die noch mehr? Lauf nur weg. Okay. So. Wo ich meine M-G... Was? Noch mehr? Warum? Woher? Wo versteckst du dich? Ein Schnitt. Oh, ein Schnitt. Pfff. Seitdem, ich will dich sehen. Wow, wow, da... Woher, man? Was ist meine? Ah! Dreckige Stücke. Meine Fresse kostet nämlich... AP. Puh. Sahne. So. Okay. Hier habe ich... Nix. Muss jetzt mal alles untersuchen. Ein paar Dollar dabei. Gut. Bioner mit der Schrott. Nix. Dollar. Ich habe ja eigentlich alle mal Masken auf. So habe ich ja nicht keine Pistolenkugeln mehr. Naja. Ja, im Endeffekt habe ich eigentlich gar keine Kugeln mehr. Na gut. Na. Okay. Gleiche hatte ich schon untersucht. Da komme ich nicht weiter. Äh. Damit wo willst du hin, Schätzchen? Äh. Was? Zum Henker. Dollar. Dollar, Dollar. Okay, ich mache mal das. Und das. Die gute Spritze. Kommt noch mehr? Ich denke nicht, oder? Ich kaufe mir doch noch was. Ich kaufe mir nämlich einmal sechs Pistolenkugeln. Äh. Ich meine Verbandskasten. Schließend. So. Und freie Menschen. Was habe ich denn auch eigentlich? Nur hacken. Panzerbrechende Pistolenkugeln. Nur hacken. Wie kann ich das denn hacken? Ach, V. Äh. Ich hack das mal eben. Ah, ich hatte das doch selber hacken können. Ich wollte doch gar nicht. Ach, leck mich doch. Oh, das spart jetzt einem ein bisschen. Naja, egal. Äh. Das war jetzt doof, dass ich da zehn Dollar für ausgegeben habe. Ja, das wollte ich dann nicht selber hacken. Hier war, glaube ich, noch ein Tageschleißer irgendwo, ne? Da hinten. Eine Leiche hat eine Pistolenkugel dabei. Okay. Wo ist mein Bienchen denn? Da ist mein Bienchen. Ich mag nicht Bienchen. Was ist das? Let's it. Da war er. Da, die Pistole. Man sieht so auf dem dunklen kaum irgendwie Zeug liegen. Das ist nicht gut. Ehrlich gesagt. Da. Da liegt noch. Was ist das? Da darfst du doch irgendwas im Bursch. Ähm. Was ist das? Was ist das? Pistolenkugeln. Was heißt die denn? Ach Gott, ey. War richtig schwer, denn die Rand zu kommen. Gut. Sie hat mir Schönheit versprochen. Steinmann. Ich sollte wunderschön werden. Sehen Sie mich ab. Sehen Sie mich ab. Äh. Punkt. Sehen Sie mich an. Und das Schild fällt rum. Ähm. Da ist noch eine Leiche. So. Steinmanns. Beaten by a nose. Steinmann. Offers a comprehensive whineplasty service. Ja, ein Schönheitschirurg. Gut. Puh. Halt die Augen nach Steinmann offen. Dieser bescheuerte Mistkerl hat sich in der Chirurgie eingerichtet. Wenn du ihn finden willst, brauchst du einfach nur der Blutspur zu folgen. Okay. Äh. Steht da. A boy all do no harm. A boy all do no harm. Also harm. Dieses a boy Wort weiß ich nicht. Aber do no harm heißt mach keinen Schaden. Das sieht aber nicht so aus, als ob er hier keinen Schaden machen würde. Also hier werde ich garantiert nicht ohne Waffe laufen, habe ich gerade beschlossen. Dafür sieht mir das irgendwie zu gruselig aus hier. Das ist wieder so ein höheres Standard. Also so ein Tonspurgerät. Dann muss ich es nicht mal an. Okay. Der hat mein Robo umgeschossen. Warum? Was ist denn das überhaupt? Was? Denk dran, es gibt einen knackigen Kurzschluss bei den ganzen Maschinen da, wenn du sie mit dem Electroball triffst. Danke, dass du mir das nicht sagst, bevor mein Robo tot ist. Dreckiger. Wie lange? Gehst du erst kaputt? Okay. Okay, das ist keine gute Idee, die so zu machen. Na? Na? Spott, dreckiges Teil. Ah. Ah, jetzt wird mir den Robo weg, ey. Das ist doch kacke. Vermüsst mir den Robo jetzt schon. Was Parasiten erwarten? An der Oberfläche erwarten die Parasiten, dass der Arzt sie umsonst teilt. Und von den Bauern wollen sie aus Nächstenliebe mit Nahrung versorgt werden. Der Parasit unterscheidet sich nur geringfügig von dem Perversen, der auf der Suche nach einem Opfer umherstreift, das er zu seinem entarteten Vergnügen missbrauchen kann. Nichts drin, Mülleimer. Nichts drin. Aha. Das war auch... Da hinten. Ich hab dir halt ne Knarre in der Hand. Das hat nämlich auch ne Knarre in der Hand. Und muss auch nachladen, ab und zu mal. Ey, wie gut die treffen, ne? Gequälte Scheiße ist das hier. Die hat eine Rotzange, das heißt, die kann nicht gut mit nem Elektrobolt. Na? Dreckige Alte. Noch mal mit ner Knarre hier? Was? Ach, leck mich. Wo? Ich seh die gar nicht. Ach da, die alte Ziege da hinten. Ah, ich hab gar keine Knarre mehr. Hier, hast du denn fair? Okay. Huh. Ah, ich seh gerade, wir haben gar keine Zeit mehr. Ich mach hier mal eben nen Zwischenstopp und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dahin. Bis dahin.